Der ABP Verlag präsentiert Marc Aurel. Meditationen. Gelesen von Rob Hackemesser. Viel Spaß beim Zuhören. Erstes Buch. Von meinem Großvater Verus weiß ich, was edle Sitten sind und was es heißt, frei sein von Zorn. Der Ruf und das Andenken, in welchem mein Vater steht, predigen mir Bescheidenheit und männliches Wesen. Der Mutterwerk ist es, wenn ich gottesfürchtig und mitteilsam bin, wenn ich nicht nur schlechte Handlungen, sondern auch schlechte Gedanken fliehe. Auch, dass ich einfach lebe und nicht prunke wie reiche Leute. Mein Urgroßvater litt nicht, dass ich die öffentliche Schule besuchte, sorgte aber dafür, dass ich zu Hause von tüchtigen Lehrern unterrichtet wurde und überzeugte mich, dass man zu solchem Zweck schon etwas aufgeben lassen müsse. Mein Erzieher gab nicht zu, dass ich mich an Wettfahrten beteiligte, weder in grün noch in blau, auch nicht, dass ich Ring- und Fechterkünste trieb. Er lehrte mich Mühen ertragen, wenig bedürfen, selbst Hand anlegen, mich wenig kümmern um anderer Leute Angelegenheiten und einen Widerwillen haben gegen jede Ohrenbläserei. Diognet bewahrte mich vor allen unnützen Beschäftigungen, vor dem Glauben an das, was Betrüger und Künstler von Zauberformeln, von Geisterbannen und so weiter lehrten, davor, dass ich Wachteln hielt und vor anderen solchen Freizeitbeschäftigungen. Er lehrte mich ein freies Wortvertragen, gewöhnte mich an philosophische Studien, schickte mich zuerst zu Bacchaeus, dann zu Thandasis und Markian, ließ mich schon als Knabe Dialoge verfassen und machte mir Luft zu den Ruhebetten und Bettdecken, wie sie bei den Lehrern der griechischen Schule im Gebrauch sind. Dem Rustikus verdanke ich, dass es mir einfiel, in sittlicher Hinsicht für mich zu sorgen und an meiner Veredelung zu arbeiten, dass ich frei blieb von dem Ehrgeiz der Sophisten, dass ich nicht Abhandlungen schrieb über abstrakte Dinge, noch Reden hielt zum Zweck der Erbauung, noch prunkend mich als einen strengen und wohlgesinnten jungen Mann darstellte und dass ich von rhetorischen, poetischen und stilistischen Studien abstand. Dass ich zu Hause nicht im Staatskleid einherging oder sonst etwas derartiges tat und dass die Briefe, die ich schrieb, einfach waren. So einfach und schmucklos, wie er selbst einen an meiner Mutter von Sinuesa ausschrieb. Ihm habe ich es auch zu verdanken, wenn ich mit denen, die mich gekränkt oder sonst sich gegen mich vergangen haben, leicht zu versöhnen bin, sobald sie nur selbst schnell bereit sind, wiederzukommen. Auch lehrte er mich, was ich las, genau zu lesen und mich nicht mit einer oberflächlichen Kenntnis zu begnügen, auch nicht gleich beizustimmen dem, was oberflächliche Beurteiler sagen. Endlich war er es auch, der mich mit den Schriften Epictets bekannt machte, die er mir aus freien Stücken mitteilte. Apollonius zeigte mir, dass Geistesfreiheit eine Festigkeit sei, die dem Spiel des Zufalls nichts einräumt. Dass man auf nichts ohne Ausnahme so achten müsse, wie auf die Gebote der Vernunft. Auch was Gleichmut sei bei heftigen Schmerzen, bei Verlust eines Kindes, in langen Krankheiten, habe ich von ihm lernen können. Er zeigte mir handgreiflich an einem lebendigen Beispiel, dass man der ungestümste und gelassenste Mensch zugleich sein kann. Und dass man beim Studium philosophischer Werke die gute Laune nicht zu verlieren brauche. Er ließ mich einen Menschen sehen, der es offenbar für die geringste seiner guten Eigenschaften hielt, dass er Übung und Gewandtheit besaß, die Grundgesetze der Wissenschaft zu lehren, und bewies mir, wie man von Freunden sogenannte Gunstbezeugungen aufnehmen müsse, ohne dadurch in Abhängigkeit von ihnen zu geraten, aber auch ohne gefühllos darüber hinzugehen. An Sextus konnte ich lernen, was Herzensgüte sei. Sein Haus bot das Muster eines väterlichen Regimentes, und er gab mir den Begriff eines Lebens, das der Natur entspricht. Er besaß eine ungekünstelte Würde und war stets bemüht, die Wünsche seiner Freunde zu erraten. Duldsam gegen Unwissende hatte er doch keinen Blick für die, die an bloßen Vorurteilen kleben. Sonst wusste er sich mit allen gut zu stellen, so dass er denselben Menschen, die ihm wegen seines gütigen und milden Wesens nicht schmeicheln konnten, zu gleicher Zeit die größte Ehrfurcht einflößte. Seine Anleitung, die zum Leben notwendigen Grundsätze aufzufinden und näher zu gestalten, war eine durchaus verständliche. Niemals zeigte er eine Spur von Zorn oder einer anderen Leidenschaft, sondern er war der leidenschaftsloseste und der hingebendste Mensch zugleich. Er suchte Lob, aber ein geräuschloses. Er war hochgelehrt, aber ohne Großtuerei. Von Alexander, dem Grammatiker, lernte ich, wie man sich jeglicher Scheldworte enthalten und es ohne Vorwurf hinnehmen kann, was einem auf fehlerhafte, rohe oder plumpe Art vorgebracht wird. Ebenso aber auch, wie man sich geschickt nur über das, was zu sagen nottut, auszulassen, sei es in Form einer Antwort oder der Bestätigung oder der gemeinschaftlichen Überlegung über die Sache selbst, nicht über den Ausdruck oder durch eine treffende, anderweite Bemerkung. Durch Fronto gewann ich die Überzeugung, dass der Despotismus Missgunst, Unredlichkeit und Heuchelei in hohem Maß zu erzeugen pflege und dass der Edelgeborene im Allgemeinen ziemlich unedel sei. Alexander der Platoniker brachte mir bei, dass ich mich nur selten und nie ohne Not zu jemand mündlich oder schriftlich äußern dürfe. Ich hätte keine Zeit. Und dass ich nicht so unter dem Vorwandel dringender Geschäfte mich beständig weigern solle, die Pflichten zu erfüllen, die uns die Beziehungen zu denen, mit denen wir leben, auferlegen. Katholus riet mir, dass ich es nicht unberücksichtigt lassen sollte, wenn sich ein Freund bei mir über etwas beklage, selbst wenn er keinen Grund dazu hätte, sondern dass ich versuchen müsse, die Sache ins Reine zu bringen. Wie man von seinen Lehren stark eingenommen sein kann, sah ich an ihm, ebenso aber auch, wie lieb man seine Kinder haben müsse. An meinem Bruder Severus hatte ich häuslichen Sinn, Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe zu bewundern. Er machte mich mit Traseas, Helvidius, Cato, Dio und Brutus bekannt und führte mich zu dem Begriff eines Staates, in welchem alle Bürger gleich sind vor dem Gesetz und einer Regierung, die nicht so hoch hält als die bürgerliche Freiheit. Außerdem blieb er, um anderes zu übergehen, in der Achtung vor der Philosophie sich immer gleich, war wohltätig, ja in hohem Grade freigebig, hoffte immer das Beste und zweifelte nie an der Liebe seiner Freunde. Hatte er etwas gegen jemand, so hielt er damit nicht zurück und seine Freunde hatten niemals nötig, ihn erst auszuforschen, was er wollte oder nicht wollte, weil es offen am Tage lag. Von Maximus konnte ich lernen, mich selbst beherrschen, nicht hin und her schwanken, guten Mutes sein in misslichen Verhältnissen oder in Krankheiten, auch wie man in seinem Benehmen Weisheit mit Würde verbinden muss und an ein Werk, das rasch auszuführen ist, doch nicht unbesonnen gehen darf. Von ihm waren alle überzeugt, dass er gerade so dachte, wie er sprach und was er tat, in guter Absicht tat. Etwas zu bewundern oder sich verblüffen zu lassen, zu eilen oder zu zögern, ratlos zu sein oder niedergeschlagen oder ausgelassen in Freude oder Zorn oder argwöhnisch. Das alles war seine Sache nicht. Aber wohltätig zu sein und versöhnlich hielt er für seine Pflicht. Er hasste jede Unwahrheit und machte so mehr den Eindruck eines Geraden als eines Feinen. Niemals hat sich einer von ihm verachtet geglaubt, aber ebenso wenig wagte es jemand, sich für besser zu halten, als er war. Auch wusste er auf anmutige Weise zu scherzen. Mein Vater hatte in seinem Wesen etwas Sanftes, aber zugleich auch eine unerschütterliche Festigkeit in dem, was er gründlich erwogen hatte. Er war ohne Ehrgeiz hinsichtlich dessen, was man gewöhnlich Ehre nennt. Er arbeitete gern und unermüdlich. Wer mit Dingen kam, die das gemeine Wohl zu fördern versprachen, den hörte er an und versäumte es nie, einem jeden die Anerkennung zu zollen, die ihm gebührte. Wo vorwärts zu gehen und wo einzuhalten sei, wusste er. Er war herablassend gegen jedermann. Er ließ den Freunden die Pflicht, immer mit ihm zu speisen oder, wenn er reiste, mit ihm zu gehen. Und stets blieb er sich gleich auch gegen die, die er notgedrungen zu Hause ließ. Seine Erörterungen in den Ratsversammlungen waren stets von großer Genauigkeit und er hielt aus und begnügte sich nicht mit Ideen, die auf der flachen Hand liegen, bloß um die Versammlung für geschlossen zu erklären. Er war sorgsam bemüht, sich seine Freunde zu erhalten, wurde ihrer niemals überdrüssig, verlangte aber auch nicht heftig nach ihnen. Er war sich selbst genug in allen Stücken und immer heiter. Er hatte einen scharfen Blick für das, was kommen würde und traf für die kleinsten Dinge Vorbereitungen ohne Aufhebens zu machen, so wie er sich denn überhaupt jeden Beifall rufen und allen Schmeicheleien verbat. Was seiner Regierung notwendig war, überwachte er stets, ging mit den öffentlichen Geldern haushälterisch um und ließ es sich ruhig gefallen, wenn man ihm darüber Vorwürfe machte. Den Göttern gegenüber war er frei von Aberglauben und was sein Verhältnis zu den Menschen betrifft, so fiel es ihm nicht ein, um die Volkskunst zu buhlen, dem großen Haufen sich gefällig zu erzeigen und sich bei ihm einzuschmeicheln, sondern er war in allen Stücken nüchtern, besonnen, taktvoll und ohne Sucht nach Neuerungen. Von den Dingen, die zur Annehmlichkeit des Lebens beitragen und deren bot ihm das Glück eine Menge dar, machte er ohne zu prunken, aber auch ohne sich zu entschuldigen Gebrauch, so dass er, was da war, einfach nahm, was nicht da war, auch nicht entbehrte.